Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge meiner ersten Staffel von DayZ. Wir haben uns heute mein Schlauchboot genommen und werden mal Skelete Island abchecken. Mit mir ist der Phoenix aus unserem Cracknet-Channel und natürlich ich. Ja, das können wir machen. Hört sich nach einem Plan an. Was war eigentlich letztens mit dem einen? Und waren der plötzlich weg? Kickt man weg. Ah, ok. Haben wir Zelte eigentlich irgendwie auf der Insel schon? Oder hast du da schon welche gesehen oder so? Da steht eins beim Hubschrauber-Spawn und eins hab ich gebaut, aber das saft leider nichts. Ok. Dann hoffen wir mal, dass wenigstens der Heli da ist. Bitte einmal aussteigen? Aber natürlich. Du hast die Schall gedämpft, ne? Ja, ich hab die Beißen. Ich muss das Schießen übernehmen, weil ich hab nur das schwere Meldunggewehr dabei. Ja, kein Problem. Ich hau sie alle weg. Folge mir unauffällig. Aber da unten ist nur so ein kleines Industrial Building und ein Resident, aber das lohnt sich nicht. Nein, dann gehen wir direkt zum Heli spawnen. Was soll man da? Haben wir eh alles. Aber thermalmäßig hat sie nichts dabei, ne? Nein, leider nicht. Nein, leider nicht. Nein, die campen hier ganz gerne mal, um zu warten, ob einer vorbeikommt, um zu gucken, ob der Heli da ist. Okay. Ich glaub nicht gar mal bei Zeiten rausfinden. Ich denke auch. Mit uns legt sich sowieso keiner an. Hier ist auch noch ein ganzes Stück. Schon ziemlich groß, die Insel. Ich hätt gedacht, sie wär kleiner. Was machst du? Hast du was gesucht? Eine Moku. Eine Moku. Okay. Ich will den Heli. Heli, bitte. Guck mal, ob du irgendwelche Zombies hier auf... West... Nordwest guckst, siehst. Ja, mach ich. Aber ich seh nix, hätte ich gesagt. Alles ziemlich leer hier. Die Hütte, da ist die Hütte. Da ist der Felsen. Sieht fast, als ob das Hubschrauber-Frakt da liegen würde. Was? Wo? Ne, ich sag nur. Sieht fast so aus. Hm, okay. In der Spiele, wo's halt spawnen soll. Das könnte auch der Felsen... Eigentlich ziemlich... ... ziemlich zu diesem... ... nah an den Gebäude dran, da. Da ist Spawn-Testing. Okay. Das siehst du auf der Karte aber. Ja. Wenn ich ne Karte lesen könnte. Hm. 33... ... 21. Okay. Warte mal, wo bin ich denn? Ähm... 33... ... da oben. Eigentlich mehr von da, wo ich's gesagt hab. Da hättest du's gesehen. Ja, ist ja gut. Ich bin halt nicht so schnell. Jetzt lassen wir zum Heli und dann fliegen wir hier weg. Warum? Warum? Da oben. An... ... an den Felsen dran? Beim Gebäude. Da ist ein Zelt. Das ist glaub ich nicht meins. Okay, ich werd's mir mal anschauen. Gleich ist was... ... nützliches drin. Stimmt. Hast du das? Ja, okay. Ah, stimmt. Das ist neu. Ist was drinne? Nein? Gar nix. Hat sich gelohnt. Ja, meins... ... nix. Ich blinke, ich muss trinken. Aaaaahhh. Eine schöne Cola. Mein Gott, die Insel ist ja echt riesig ey. Wahnsinn. Naja, jetzt sind grad die Zombies gespawnt. Also hier ist ein... Oh, hoffentlich keiner. Hier ist noch ein Zelt. Äh... Auch leer. Ist auch kein Heli. Kein Heli? Na, super. Ne. Das ist wie gesagt Buggy. Das speichert nicht. Achso. Okay. Okay. Und hier ist Autoglas drinne, Heatpack, ein Kanister. Voll die nützlichen Sachen. Da ist ein Zombie. Ich bin da oben bei der Hütte. SD Munition für dich. Ich lauf grad in die falsche Richtung. Aber ansonsten ist nicht wirklich was schönes. Guck guck. Ah, da bist du. Ja, ja. Das ist nicht da, wo Munition drin ist. Sehr gut. Wenn wir dich da mal nen Blick reinwerfen. Und da... Da wo die zwei Zombies jetzt hier sind, da ist normalerweise der Heli spawn. Ah, okay. Ah, du musst von hier. Komm hier. Hier. Ja, ich finde irgendwie den Eingang nicht. Aber... Danke. Äh... Hast du von wo? Achso. Man kann... Ah... Geht's? Ah, ich hab ja gar nicht die Beisen. Ich hab die M4. Ja, natürlich. Deswegen SD Muni. Na wo die zwei Zombies stehen? Der eine jetzt nur noch. Äh, da sponnt der Heli oder was? Oh... Ja. Krasser Scheiß. Wieso ist der jetzt nicht da? Frechheit. Hab ich nen neuen Freund. Ah, da kommt einer. Wieso lockst du die hierher? Eine gute Munition. Zwei mal in den Arm geschossen, schon ist er weg. Na gut, was gibt's jetzt hier noch? Nicht erschrecken, ich werfe ne Glasflasche. Oh mein Gott. Explodiert die. Hast du alles rausgenommen aus dem Zeug? Ja... War ja nicht besonders viel drin, aber ich hab das was ich brauche. Guck mal was das so drin ist. Was? Ich wollte ja gerade in den Rucksack schauen. Nö. Leere Kanister, wo wir fressen und trinken. Ah ok. Wohnt sich also nicht durchzubeklauen. Ich sag mir mal... ...auf Map Brauch. Ah, ich verstehe. Ah, da ist was. Da kommt einer. Ich hab was gehört. Nein, nur Müll eigentlich. Zambi. Zambi. Ja, da ist er. Ja, ich auch. Ah ok. Oh mein Gott, ey stopp wieder nicht. Jetzt. Wahnsinn. Bis beide gleich hinrennen zum Looten, als ob der was tolles hätte. Schon meins. Ja, viel Spaß damit. Wollen wir runter rein? Ja. Ja, ist ja sonst nix hier. Dann gehen wir halt. War auf jeden Fall mal interessant zu sehen, was so auf Skeletir Island geht. Wie gesagt, irgendjemand hat sich den unseren Nagel gerissen. Also ich wollte jetzt mal mit dem Boot, da sind hier so kleine Inseln. Ja, ich bin dabei. Das hört sich gut an. Vielleicht steht da der Heli sogar. Kleine Insel hier auf Map, die wollte ich mir mal angucken. Ja. Ne, bin ich dabei. Aber ja, scheinbar hat sich echt jemand den Heli unter den Nägel gerissen und irgendwo geparkt, wo wir ihn nie finden werden. Da ist schon drei Wochen kein mehr. Naja, gut. Es geht ja recht fix. Ja, mit dem Schlauchboot 70 kmh. Geht das schon. Aber so richtig viel los ist ja hier nicht auf der Insel. Hätte ich gedacht, da geht irgendwie mehr. Ein bisschen mehr könnte los sein, ja. Ich fänds halt cool, wenn sie irgendwie so noch so ein paar andere Fahrzeuge einbauen würden, mit denen man auf die Insel kommt. Mich wunderts auch, dass hier so wenig Zelte sind. Zum Beispiel, wie heißt denn das? Wohin so ein Propeller dran ist. Womit du rumfliegen kannst halt. Wie so ein Drache. Ich komm nicht auf den Namen, ey. Weißt, was ich meine. Das wär zum Beispiel ganz cool für das Spiel. Ja. Ich weiß, was du meinst, aber ich komm auch nicht auf den Namen. Ja, das ist ja unmotorisiert. Ah, Ultraleichtflugzeug. Ja, Ultraleicht. Naja, irgendwie noch sowas, dass er halt ein bisschen mehr auf den Inseln abgeht und, keine Ahnung, ein bisschen mehr rumkommt. Also ich find's irgendwie cool, einfach mal über DayZ rüber zu fliegen. Muss ja nicht mal bewaffnet sein oder so. Ja. Dann würden die Landebaden auch mal ein bisschen Sinn machen. Ja, eben. Ja, eben so eine Chessna oder so noch. Dann würde es echt mehr Sinn machen. Nur dieser Heli, ich weiß nicht, den du halt nie findest und der dann noch zwei Geschütze dran hat, was eigentlich viel zu overpowered ist für das Spiel. Find ich ein bisschen albern. Aber naja, ich denk mal, da kommt auch noch was. Dass du vielleicht sogar so'n Fallschirm oder so'n Drachen fliegen kannst oder irgendwie sowas. Wär auf jeden Fall lustig. Hier geparkt oder? Ne, warte. Ja, ich glaub noch ein Stück da runter. Obwohl ist das Boot noch da, sonst können wir uns direkt killen hier. Das wäre ja ein bisschen ungünstig. Ist sowieso generell gefährlich, mit den Booten irgendwo hinzufahren. Wenn du Surveys da hast und die verschwinden dann oder sonst wie, dann kannst du deinen Charakter wegwerfen. Dann hängst du da auf der Insel fest. Bis dich jemanden abholt oder so. Das kann ja 100 Jahre dauern. Ich glaub hinter den Steinen müsste es sein. Hier war's doch, oder? Ich dachte eigentlich schon. Oder hinter denen da. Ich will's hoffen. Das sieht ja alles so gleich aus, ich weiß es nicht. Sonst sind wir gelangmeiert. Ja, hoffen wir mal das Beste. Da wird schon irgendwas sein. Sonst basteln wir uns ein Ultra-Live-Flugzeug. Ja, rüber schwimmen wir mal. Der Schadungsboot, fein. Wo soll's hin sein? Ja, rüber schwimmen wir hier. Ich sah auch kein Bock. Ja, nehmen wir das hier. Ja, das hört sich doch gut an. Haben wir ganz schön weit weg geparkt. Jetzt wüsst du nicht, aber wir müssen eigentlich packen. Und jetzt versteh ich halt wieder nix, aber... Wir fahren jetzt... Ich weiß nicht, wir müssen das Osten noch. Südost. Zehn Kilometer. Ja, zehn Kilometer. Ich kann ja nicht so weit rauszoomen, dass ich das äh... Naja, doch, jetzt hat's funktioniert. Die im Nordosten, die hab ich mir gestern schon angeguckt. Da war leider gar nix. Ja, super. Deswegen ist mir ja der Nord-Sprit-Osten, ne? Naja, schauen wir uns mal die an. Vielleicht ist es da besser. Ja, diesen Teil hab ich mal rausgenommen, weil das eigentlich nur... ...ne langweilige Burtsfahrerei war. Mit ein bisschen Smalltalk. Ähm... Ja, wir fahren jetzt halt zu dieser kleinen Insel im Südosten noch. Und suchen nach dem Heli eigentlich. Was äh... Ein bisschen schade ist, dass es echt nur ein Heli im ganzen Spiel gibt. Und dass man sonst keine Wirklichkeit hat, noch irgendwas zu machen. Also es ist mittlerweile einfach so, dass das DayZ relativ langweilig ist für die Leute, die es eigentlich geschafft haben, sich genügend Loot zur Seite zu legen. Und in den Zelten, das respawnt immer. Na, da müsste halt jetzt echt mal Standalone dann Ende des Jahres kommen. Wo man vielleicht echt Basen bauen kann und dann so Kriegsschauplätze hat. Wo wirklich Teams gegeneinander antreten. Und man vielleicht Zombies hat, die ein bisschen härter sind. Und sowas alles. Weil im Moment ist es einfach nur ein Rumgelaufen und eigentlich nur noch eine Suche nach Fahrzeugen. Und hauptsächlich halt dem Heli, weil man eigentlich jedes Fahrzeug schon hatte irgendwann mal. Ähm... Das ist halt irgendwie ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich gerne mit dem Schlauchball unterwegs, um hier mal ein bisschen die Inseln abzuchecken, die man noch nie vorher gesehen hat. Naja, wir werden uns auch gerade reden. Ähm... Das ist halt auch sehr unverständlich, wenn die ganze Zeit dieses Motorengeräusch im Hintergrund ist. So... Jetzt... Können wir mal weiter sehen. Hm... Du hattest schon mal ein Heli davor. Ne, das war die Aktion. Es war dann kein Restart, aber mich hat es gekickt. Der hat kurz vor der Landung. Wenn es den Piloten erwischt, dann ist der Heli gleich... Naja, klar. Nein, verdammt. Hast du es dann mitbekommen, oder wie, oder was? Ne, da habe ich mir gerade die Kommentare durchgelesen und dann habe ich nur gehört, wie sie gelacht haben. Oh mein Gott. Geiler Scheiß. Das ist ja wirklich echt ärgerlich. Und wenn du dann gekickt wirst, wenn du einmal ein Heli hast und fliebst hin und dann ist er kaputt. Tschüss. Was ist bei dir los? Ja, die Insel scheint leer zu sein. So, ne? Ich finde auch irgendwo eine kleine Insel. Naja, ich glaube nicht. Die ist aber auch nicht so groß. Die hat mir die jetzt ein bisschen größer vorgestellt nach der letzten. Die irgendwie riesig war. Das ist schon sehr witzig. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand was abstellen wird. Siehst du ja auch sofort. Naja, die werden den irgendwo auf der Festkante auf Map marken. Ja, ich denke auch, das ist viel sicherer als da auf so einer Insel, wo echt mal jemand vorbeifahren könnte. Hm, bis jetzt war er immer noch kaputt sein, gleich wieder an der Stelle, nach Priestdorf. Okay. Aber wir haben doch nochmal das Glück, ihn irgendwann irgendwo zu sehen, aber ich weiß nicht. Hm. Dann verstecken wir mal das Boot und machen mal ein bisschen ganz weiter. Jo, ich glaub's besser. Wenigstens unser Schlauchboot haben wir noch. Das tapfer durchhält. Also dann bis zur nächsten Episode. Servus.